freunde was geht ab hier ist der kelvin und herzlich willkommen zu einem neuen video ich freue mich irgendwie auf dieses video weil wir über ein thema sprechen werden was mich über ein jahrzehnt begleitet hat und zwar das thema basketball ich wollte es einmal hier verewigen einige von euch wissen ja dass ich mich für basketball interessiere und vielleicht auch mal basketball gespielt habe andere wissen das vielleicht nicht und basketball war für mich früher wie jetzt das business oder vor einigen jahren photoshop also wenn ich etwas mache ja dann richtig und basketball habe ich angefangen mit 17 jahren zu spielen und basketball war das erste was was mich dazu gebracht hat aufmerksamkeit zu bekommen also ich war wirklich immer ein außenseiter und als gefahr angefangen habe um mit 17 an mit basketball also mein vater damals im basketballkorb von der schule die wollten wegwerfen hat er mit dem traktor holen lassen bei uns zu hause in den hof gestellt und habe ich also angefangen zu spielen wurde schnell besser und plötzlich habe ich anerkennung bekommen weil ich eben relativ schnell sehr gut geworden bin und ich bin dann auch in den verein reingegangen und habe viele viele jahre gespielt meistens immer so in den unteren liegen also nicht ganz unten also kreisliga klar habe ich auch mal gespielt aber ging dann hoch bezirksliga regionalliga aber so so richtig weit dauerhaft mit einsatz hat es irgendwie nie geklappt und der grund war weil ich ich will sagen ego zocker war ist ja schon teamsport aber ich es lief halt immer sehr viel über mich ich war ein sehr sehr starker scorer also für die experten ich habe eigentlich immer auf der zwei oder auf der drei gespielt ist die position konnte aber auch die eins spielen center habe ich jetzt eher weniger gespielt und war eine unheimliche punktemaschine wobei das gar nicht so meine also meine stärke war nicht der wurf also auch alles war irgendwie meine stärke kein scheiß jetzt aber ich konnte halt auch verdammt hoch springen damals damals war das echt eine besonderheit wenn jemand der 1 meter 79 groß groß ist und eine weiße hautfarbe hat dunking kann und ich konnte dunking ich habe sogar einmal geschafft gegen den usc heidelberg während dem spiel dunking zu machen das ganze gibt sogar noch auf video also mein vater der hat unzählige vhs kassetten videos man müsste das echt mal digitalisieren es war einfach nur geil ja also ja und was ich auch dazu sagen muss und da bin ich natürlich ganz stolz drauf wir hatten dann irgendwann mal ein spiel gegen den tabellen ersten also ich glaube wir waren zweiter und die erster oder umgekehrt und jetzt kommt das krasse ich hatte vorher war ich noch coach von einer jugendmannschaft also ich habe junge spieler gecoacht wir haben woanders ein spiel gehabt es ist zu ende gewesen und ich fahre dann so schnell wie möglich in eine andere stadt wo ich dann selbst ein spiel hatte als spieler und kam fünf minuten vor spielbeginn das heißt ich konnte mich nicht mehr warm machen ich habe das trikot angezogen ich war stammspieler ich habe das trikot angezogen aber ich konnte mich nicht warm machen und dadurch dass ich nicht rechtzeitig gekommen bin war ich nicht in der startaufstellung das heißt ich wurde verspätet eingewechselt später hatte ich noch glück weil es eine verlängerung gab weil jetzt kommt ich weiß wie es heute ist aber ich denke immer noch es gab nur zwei spielhälften nicht so wie in der nba viermal zwölf minuten sondern es gibt zweimal 20 minuten das heißt du hast 40 minuten spielzeit acht minuten weniger wie in der nba aber ich habe trotzdem 69 punkte gemacht ich habe hier noch eine kiste mit so alten unterlagen und da ist der spielberichtsbogen drin von mir also vom spiel von von meinen punkten 69 punkte in einem spiel das dürfte auch in hockenheim wo ich den rekord aufgestellt habe noch rekord sein und das krasse war damals ich habe nie so viele punkte gemacht ich habe immer so 30 40 punkte gemacht das habe ich schon geschafft ich glaube 40 nicht aber 30 schon öfter war auch immer top scorer so in der liga und dann hat mir ein freund erzählt dass es in einer parallel liga also man hat in regionen aufgeteilt gab es einen spieler der hat in einem spiel 50 punkte gemacht und dann kann ich mich noch erinnern eine woche davor bin ich da hingefahren habe mir ein spiel von dem angeguckt weil ich den typ sehen wollte wer macht 50 punkte im spiel und habe dann von dem man spiel angeschaut und er hat auch in dem spiel wieder 30 punkte gemacht fast nur drei und ich habe gedacht wow ich habe den voll bewundert weil er 50 punkte im spiel gemacht hat und genau eine woche später habe ich in dem spiel 69 punkte gemacht ja ich war also sehr sehr gut als vereinspieler war ich einfach nur ein punkte scorer für die basketballer unter euch ich hatte doppelt so viele freiwürfe wie der zweite in der ganzen liga normalerweise wirst du eher gefault wenn du unterm korb spielst wie gesagt ich habe die zwei gespielt aber ich hatte im schnitt glaube ich 14 oder 16 freiwürfe im spiel also ist unglaublich also ich bin ganz oft gefault worden weil ich hoch springen konnte immer zum korb gezogen bin genau ja also es war eine krasse zeit ich war aber der bessere streetballer ich war auch mal im fernsehen bei dsf damals es gab ein eins gegen eins turnier in stuttgart das war auch sehr geil man musste sich anstellen es ging über zwei tage das turnier man musste sich anstellen und wenn man drei spiele in folge gegen einen gewonnen hat ich glaube spiel gegen eins gegen eins bis drei ist man weitergekommen und ich bin dann zweiter geworden es wurde damals auch von dsf übertragen von reebok war das ein eins gegen eins turnier ist aber auch schon ewig her so das wollte ich einfach mal hier festhalten heute sieht es so aus dass ich ab und zu noch basketball spiele im sommer wenn der platz also jetzt können wir gerade nicht spielen aber wenn der platz wieder geöffnet ist nach corona spiele ich auch wieder die kondition ist am arsch aber es funktioniert noch also wenn da draußen jemand gegen mich antreten will ihr könnt gerne kommen bisher habe ich nur eine packung bekommen und die war tatsächlich von tadeus corona ich habe 70 geführt und 11 7 verloren das müsst ihr euch mal geben liebe grüße tadeus an der stelle ja aber das ist wirklich so gewesen und ärgert mich auch aber ich habe gegen tadeus keine chance man muss auch irgendwann mal also mein körper zieht nicht dem kopf nach leider ich habe noch eine kleine empfehlung für euch und dazu wechseln wir ganz kurz auf dem bildschirm sollt erkennen es gibt bei netflix eine ganze staffel the last dance von michael john die diese echt super ich habe erst angefangen ich habe zuerst die sechste oder siebte folge gesehen die dritte mit dennis rodman weil der früher mein absolutes vorbild war von dem habe ich auch alle bücher gelesen aber aber das pfeife ich mir jetzt nach und nach rein das ding ist ja ich glaube alles zu kennen alles also es gab eine zeit freunde da gab es keine sequenz aus der nba die ich noch nicht gesehen habe also keine spektakuläre sequenz aus der nba die ich noch nicht gesehen habe ich hatte damals alle videos gekauft dies gab über die nba ich habe sogar geheime videos gehabt mit geheim aufzeichnungen ich konnte in meiner prime time von jedem team von jedem team alle zwölf spieler aufzählen also ich hatte alle die ganzen nba roster im kopf also von den ersten zwölf die die da ist ja meistens größer ich habe nba karten gesammelt es war eine sucht eingestiegen in der nba bin ich also wo ich mich stark erinnern kann shaquille o'neal als der in die nba kam bei schon nba schauer und die bulls waren somit horace grant pexen waren die damals aktiv zu der zeit ist schon lange her class gott die pippen und so ja es war eine krasse zeit eine krasse zeit okay das wollte ich einfach mal verewigen jetzt bin ich mal gespannt ob ihr irgendjemand zuschaut der auch basketball schaut und da noch erinnerungen hat würde mich freuen wenn ihr euch hier beteiligt und mal einen kommentar da lasst ansonsten würde ich sagen wir sehen uns morgen wieder in diesem sinne bis morgen